Der aktive Stand dient häufig als Ausgangsposition für Bewegungsübungen im Stehen. Er ist jedoch auch eine Möglichkeit, längere Zeit beschwerdefrei zu stehen. Stellen Sie sich aufrecht und hüftbreit mit gleichmäßiger Belastung auf beide Beine. Verlagern Sie Ihr Gewicht von rechts nach links, von links nach rechts und wieder zur Mitte zurück. Begeben Sie sich nun in Schrittstellung. Verlagern Sie das Gewicht im Wechsel auf das vordere und hintere Bein. Führen Sie die Übungen aufrechter Körperhaltung durch. Wechseln Sie nach einigen Wiederholungen die Schrittstellung. Variieren Sie die Übungen, indem Sie bei der seitlichen Gewichtsverlagerung den Abstand zwischen den Füßen verändern oder indem Sie bei der Gewichtsverlagerung in Schrittstellung diese ebenfalls unterschiedlich groß gestalten. Führen Sie sich auch vor.